I need help! Wow, wow! Boah, der Blitz war richtig krass! Macht man die so drauf, Jo, ne? Erdnütze? Okay. Das sind die Selleries. Dann sehe ich das und dann bin ich wieder voll begeistert. Ja, wir haben gerade gegessen, Peter. Und jetzt machen wir uns... Wow, wow! Boah, der Blitz war richtig krass! Die Karte! Die Körnchen! Oh nein! Er sitzt ganz aufmerksam hier und guckt. Wir machen uns jetzt Möhrensuppe mit Kartoffeln für heute Abend. Beziehungsweise der Schild macht das für mich. Genau. Und gestern und vorgestern habe ich sie tatsächlich nicht gegessen. Da hatte ich so kleine... Karotte pur. Bibi Gläschen. Ich habe mich jetzt noch mal kurz draußen hingesetzt. Ja, es regnet und es gewittert. Aber vielleicht kann ich ja noch einen Blitz einfangen. Das wäre cool, der eben war so richtig so... Wie man sich das so vorstellt. Mal gucken. Was ist da los, kleiner Kater? Ist das ein Gewitter? So süß, der legt sich immer irgendwie so hoch im Moment. Hier schläft das kleine Mäuschen. Sieht man, glaube ich, nicht so gut, weil es so dunkel ist auf dem Stuhl. Hm? Wird es in Ruhe gelassen werden? Sie ist jetzt grantig. Krantelbart. Ich mag sie nicht gerne, wenn man sie ärgert, wenn sie schläft oder sich putzt. Und schon wieder kommt Pireta Philipp die Suppe. Ja. Macht man die so drauf, Jo, ne? Erdnüsse. Okay. Wir sind jetzt wieder zurück. Wir waren draußen beim Bäcker und haben uns Kuchen geholt, nachdem es geregnet hat. Und ja, jetzt ist es irgendwie wieder ganz mild draußen. Heute ist ein richtiger Sonntag. Wir haben Kuchen gegessen und gegammelt. Sehr schön. Hallo und guten Morgen. Heute ist ein wunderschöner Tag. Ich habe eine sehr gute Nachricht erhalten und bin super euphorisch heute Morgen. Und ja, rödel jetzt ein bisschen zu Hause rum. Und dann gehe ich wahrscheinlich nachher in der Mittagspause wieder zum Philipp. Aber ich habe gerade die Wäsche angestellt erstmal und werde jetzt hier ein bisschen dieses Tisch-Chaos beseitigen. Und geduscht habe ich auch. Genau. Und ja, weil ich mich so freue, bin ich gerade in so einer Lava-Mood. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache die Kamera einfach an. Okay. Also, dann werde ich meine Spielmaschine einräumen. Ich sehe gerade hier liegen so Steine. Wir waren noch am Wochenende auf unseren Wanderungen. Wir haben hier eine Nachtwanderung gemacht und dann nochmal einen richtig schönen Spaziergang am Tag da entlang und haben die Kamera hier ausgetestet. Und genau, dann haben wir einmal diesen Stein. Gelitzert so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennen kann, aber fühlt sich auch ganz rau und irgendwie ganz angenehm in der Hand. Und dann haben wir passend dazu noch gefunden. Und dann gibt es noch den dritten. Und das ist dieser hier. Der ist auch ganz interessant. Also der schimmert so rot. Genau. Von hinten hat er noch ein bisschen Erde. Hier ist er auch ganz glatt. Das ist total interessant. Dann haben wir uns gefragt, wie das entsteht. Ob dann hier ein anderer Stein liegt und die sich gegenseitig so pressen oder wie das passiert. Na ja, auf jeden Fall haben wir die drei Steine mitgebracht. Die finden wir sehr hübsch. Okay, also heute habe ich das Gefühl, es ist zwar Montag, aber ich glaube, es wird ein super Tag. Hoch. Erstmal Wasser verschüttet. Hallo. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe vorhin, das ist bestimmt jetzt eine, anderthalb Stunden her, mit dem Philipp Pause gemacht wie jeden Tag. Und jetzt weiß ich auch nicht genau. Aber irgendwie hat diese Euphorie von heute Morgen mich so lange auf diesem Adrenalin hochgehalten, dass ich jetzt so richtig irgendwie so einen kleinen Abfall hatte. Ich habe heute schon einen Kaffee getrunken, deswegen würde ich nicht noch einen trinken. Ansonsten würde ich jetzt eigentlich einen Kaffee trinken. Aber ich glaube, dass ich jetzt ein Stückchen Schokolade esse. Hallo. Ich musste mal kurz festhalten, was ich anhabe. Ich finde die Farbkombi irgendwie witzig. Und, oh Gott, nicht, dass ich falle, aber darunter habe ich nochmal diese Farbe. Ja, das wollte ich sagen. Also jetzt werde ich Staubsaugen und dann weiß ich nicht. Also bis gleich. Wollen wir den mal nehmen? Das ist Ihr Lieblingsbärchen. Oh, danke. Vielen Dank. Oh, danke. Vielen Dank. Oh, hier. Ich weiß nicht, dass es dir ist, guck mal. Der Mauser! Los! Die Burgi! Warte, ich werf's dir! Pass auf! Die Burgi! Gut gejagt. Ich mag das richtig gerne, wenn die Katzen spielen. Und mich macht das sehr glücklich zu sehen, wenn sie so ausgelassen sind und rumrennen und wenn sie ganz tief auch schlafen, finde ich richtig gut. Und neue Sachen ausprobieren, weil das zeigt mir, dass es denen gut geht. Und ich gucke jetzt mal auf mein Handy, das hat nämlich gerade gebingt, was da so los ist. So, jetzt mache ich bei den jetzt erstmal einen Tee. Und dann kann ich ja auch mal gerade die Spülmaschine ausräumen. Und jetzt ist gerade noch jemand zu mir in die Küche gekommen. Der kleine Burgi. Lass das Bändel. Du bist frech. Odinski, du bist frech. Geht's noch? Du bist so frech. 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 Und du bist so frech. Heute ist Dienstag der 23. 24. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwas um den Dreh rum im August, also Ende August. Feste Sommer ist schon fast vorbei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Lust auf Halloween. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das hatte ich so auch noch nicht im Sommer, aber irgendwie dieses Jahr habe ich so richtig Lust drauf. Also ich habe heute Morgen schon zu Philipp gesagt, ich habe so Lust auf Orange und Kürbisse. Und wir waren letztes Jahr an Halloween bei einer Burg und habe ich gesagt, da werde ich wieder hin. Da sind dann so knorrige alte Apfelbäume und da waren Katzen im Fenster. Und ja, dann machen wir Kürbissuppe und kuscheln uns ein und gehen spazieren mit den dicken Jacken und Schal und Mütze. Also da habe ich richtig Lust zu. Ich finde es witzig. Manchmal habe ich mich noch gar nicht richtig an den Nasenring gewöhnt. Also schon, aber dann sehe ich das und dann bin ich wieder voll begeistert und denke so, das war so eine gute Entscheidung, das zu machen. Also ich wollte das schon im Kindergarten fahren, weil ich schon meine Kindergärtnerin Kürbisses hatte. Und ich habe es aber nie gemacht, weil es ja irgendwie auch beruflich mit Nachteilen verbunden sein kann, wenn man es hat. Und im Studium bei uns wegen Tierhallen, wenn sich irgendwie ein Schweif von einem Pferd oder so, die Haare da drum wickeln und das dann auswenden rausziehen oder man irgendwo hängen bleibt, ist das halt ja nicht so gern gesehen worden. Dann habe ich das auch nicht gemacht, weil ich ja auch nicht genau wusste, wie es beruflich danach weitergeht. Aber ja, jetzt ist alles gut damit und stört niemand. Finde ich super. Und das waren meine Gedanken dazu. Und was denkst du? Hey, Oli. Was denkst du denn? Ein Bärchen. Der sieht schon wieder das Bändel hier. Die hier wachsen übrigens so krass. Die haben jetzt schon so richtige kleine Blüten. Falls sich übrigens jemand gewundert hat, die hier hatte ich im letzten Video in der Hand oder vielleicht ist auch schon das vorletzte, je nachdem wie ich schneide und hochlade, aber auf jeden Fall im ersten Block habe ich die den Katzen mit nach Hause gebracht. Die habe ich eben unterm Sofa wiedergefunden, habe sie jetzt im Vogelfutter gelegt. Ich muss mal gucken, steht nicht auf Yogi Tee auch immer noch ein Spruch? Glück zu teilen macht glücklich. Ah, das wird heiß. Schön. Und da ist irgendein Haar. Das ist übrigens sehr süß. Die kleine, die nimmt alle Plätze an, die man ihr anbietet. Also wenn irgendwo eine kuschelige Decke oder irgendwas liegt, dann setzt sie sich da rein. Oh, jetzt kommt der Kater. Was hast du denn gefunden? Nervst er dich, Tuli? Irgendwas hat er da? Das ist ein Kater. Das ist ein alter Kater. Was sind die Kater? Jeder sagt er. Wer sind einfach? Wer sind die Kater? Wer sind das Kater? Oh, nein. Wer ist da? Wer ist das Kater? Wer ist da? So, ich gieße jetzt noch die Pflanzen, ich achte immer darauf, dass sie nicht ganz so nass sind. Bist du ganz neugierig? Der steht übrigens für den Kater drin, weil der immer daraus trinkt, aber gerade ist nichts drin. Wir füllen den dann immer extra auf. Bleib ruhig oben. Wir füllen den Katerchen. Wir füllen den Katerchen. Wir füllen den Katerchen. Wir füllen die Suppe zu machen, weil jetzt will ich eh schon essen und ich habe gedacht, dann esse ich besser schon ein bisschen Möhrchen aus dem Glas. Ich habe hier einen kleinen Schmusi. Ich glaube, einen hungrigen Schmusi. Dann schmiegt sie sich immer an alles an, wenn sie Hunger hat. Aber ich glaube, du hast noch was. Glaubst du es auch? Sie hat immer so ein kleines Zitterschwänzchen. Glaubst du es nicht auch? Hallo und guten Morgen. Heute ist Mittwoch und die Sonne scheint richtig schön. Der Himmel ist komplett blau, also scheinbar haben wir doch noch einen schönen August. Ende August. Ja, ich habe schon gefrühstückt, der Philipp ist schon bei der Arbeit. Und die Katzen sind auch schon versorgt und sitzen auf dem Balkon. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch hin. Oh, ich hole mir noch ein Wasser. Hallo. Ja? Hi. Dann haben wir wieder das Bändchen. Kannst ruhig der Augen bleiben, Katja. Hm? Oh, herrlich. Richtig herrlich. Ich kann gar nichts sehen. Also, was gibt es heute Besonderes? Heute kommt ein Paket an, auf das wir warten. Vielleicht kommt der Brief an, auf den ich warte, bzw. der Großbrief. Ich sehe wirklich nichts. Dann mache ich heute keine Mittagspause mit dem Philipp, weil ich eben auf die Päckchen warte. Und der kommt aber heute schon früher nach Hause. Heute Abend wird unser Wasserstand abgelesen. Und dann mal gucken, was wir noch mit dem Abend machen. Und auch mal gucken, was ich jetzt heute mit dem Tag mache. Oh, das ist so herrlich. Ich habe fast das Gefühl, man kriegt einen Sonnenbrand, wenn man hier draußen ist. Krass. Krass, krass, krass. 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 Er ist jetzt mit reingekommen, esse ich irgendwie nicht so ganz sicher. Hm? Bist du dir nicht so sicher, was du mit deinem Tag machen solltest, Katerchen? Ich habe gerade versucht, ein bisschen wieder das Lesen anzufangen. Das habe ich nämlich während des Studiums irgendwie total vernachlässigt, kann man nicht sagen, weil ich immer für die Uni ja gelesen und gelernt habe. Aber ich habe irgendwie verlernt zu lesen, wie ich früher gelesen habe, weil es sich auch eigentlich dauernd irgendein Buch gab, was ich gelesen habe und auch ziemlich schnell. Aber das hat sich irgendwie so leider verflüchtigt über das Studium und das gefällt mir gar nicht, weil ich sehr gerne lese und gerne in diese Fantasiewelten von Büchern abtauche. Und dann habe ich mir gedacht, versuche ich das nochmal. Aber irgendwie ist es so warm und dann habe ich mich gerade in den Schatten gelegt. Das hier ist ein Buch, das ich unter anderem gerade lese, weil ich noch mit einem anderen Buch auch versucht habe, beziehungsweise eigentlich sind es noch zwei. Aber das ist auf jeden Fall eines der Bücher, die ich gerade versuche zu lesen. Drei Sommer heißt das und da geht es um drei Schwestern und es spielt in Griechenland. Es ist eigentlich ganz schön erzählt. Ich mag gerne, wenn das so detailreich erzählt wird und man die Sachen so alle richtig schön fühlen kann. Und ja, das finde ich gerade schön. Das ist das, was ich gerade, weshalb ich so gestockt habe, ist, da war gerade ein Zitronenfalter. Das war der erste, der es bis hier hoch zum Balkon geschafft hat. Aber er ist nicht durch das Katzennetz geflogen zu den Blumen. Das ist natürlich doof. Das hatte ich so nicht bedacht. Jetzt frage ich mich, ob die überhaupt dann da drankommen. Aber also ich habe gestern schon eine Biene gesehen, die auf jeden Fall hierher gekommen ist. Deswegen hoffe ich, dass sie jetzt schaffen, weil wir oben extra noch diesen Schlitz haben über dem Katzennetz, wo die drüber können. Weil das wäre ja sonst voll schade. Ich habe das ja extra für die angepflanzt, für die Bienen und Hummeln. Und ja, Schmetterling für alle die Insekten. Mal gucken. Hallo, guten Morgen. Heute ist Donnerstag und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich alles erzählt habe. Aber es ist auf jeden Fall diese Woche mein zweiter Kamera Akku angekommen. Und den schicke ich heute zurück, weil auf dem Bild im Internet in der Produktbeschreibung war der Original Canon Akku. Es ist aber eine angekommen, der nicht so qualitativ hochwertig wirkt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es eine Fälschung ist und schicke den heute zurück. Dann ist gestern unser Laptop von Apple angekommen und damit werde ich gleich versuchen zu schneiden. Der Philipp ist gerade zur Arbeit gegangen. Ich habe geduscht. Ja, die Katzen hängen auf dem Balkon ab. Das war so süß, der Philipp hat heute gesagt. Die sind im Außendienst, als ich gesagt habe, wo sind die denn? Ja, und das hier ist übrigens unser Tatami, unser Reißbett. Und das hier ist die Matratze und die muss man dann immer so von Zeit zu Zeit mal aufrollen. Es riecht oft nach Reiß, aber irgendwie finde ich, es ist ein angenehmer Geruch. Und das sind unsere Bettdecken, die stapel ich dann immer so da drauf. Das sind die Selleries. Haben wir noch irgendwo einen Haken? Haben wir noch einen Haken? Ja. Wo denn? Ich brauche Hilfe! Wir haben die jetzt einfach hier dran gehängt. Das sind unsere Sellerie-Grüns, weil wir uns gerade eine schöne Suppe machen. Und die können jetzt trocknen. Alternativ könnte man das auch im Ofen machen. Aber das ist uns ein zu hoher Energieaufwand. Und dann soll man das für zwei bis drei Tage hier hängen lassen. Nicht direkt in der Sonne. Mal gucken. Es soll doch eigentlich morgen nicht die Sonne scheinen. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Hier kommt sie aber auch nicht so hin. Deswegen mal gucken. Ob das gut klappt.